Liebe Studierende, nach der Pause können wir diese Aufgabe vollständig lösen. Nach der Betrachtung des Carnot-Kreisprozesses in einzelnen Schritten können wir den Wirkungsgrad berechnen. Wir sind vollständig ausgerüstet, da wir sämtliche Übertragungsformen der Energien im Zyklus eruiert haben. Wir betrachten zuerst die allgemeine Definition der sogenannten Effizienz einer Maschine aus dem Skript. Nämlich der Wirkungsgrad Eta ist definiert als Minus Delta W geteilt durch Delta Q. Wobei Delta W die effektive verrichtete Arbeit der Maschine ist und Delta Q die totale, effektive zugeführte Wärme ins Motor ist. Das Minusvorzeichen hat mit der Konvention zu tun, dass zugeführte Energien positiv zu betrachten sind, weil abgeführte Energien oder verrichtete Arbeiten negativ sind. Eta lässt sich dann explizit mit den berechneten Energien, Wärme und Arbeit weiter umformen und schreiben. Das heißt, im Zähler können wir eine Bilanz der verwickelten Arbeiten im Kreisprozess berücksichtigen und schreiben. Das heißt, Delta W12 plus Delta W23 plus Delta W34 plus Delta W41. Und im Nenner als Delta Q als effektive zugeführte Wärmemenge müssen wir jetzt hier für die Carnot Maschine Delta Q2 schreiben. Tatsächlich, Delta Q2 ist die einzige Wärmemenge, die bei einem Carnot Prozess ins Motor zugeführt wird. Wir haben vorher gesehen, dass Delta W23 gleich groß ist, aber mit verschiedenen Vorzeichen als Delta W41. Das heißt, beide arbeiten hier im Zähler für die Formel des Wirkungsgrads eben sich auf gegenseitig. Somit, was noch übrig bleibt, ist im Zähler Delta W12 plus Delta W34 und alles geteilt durch Delta Q2. Und jetzt können wir diese Formel explizit schreiben und besonders können wir diese Vereinfachung bezüglich dem Verhältnis der Volumen berücksichtigen. Alles insgesamt führt dann zu folgenden Formel. Allgemeine Gaskonstante mal Temperatur T2 mal Logarithmus von V2 geteilt durch V1 Und alles dann geteilt durch Delta Q2, nämlich allgemeine Gaskonstante mal T2 mal Logarithmus von V2 geteilt durch V1. Und dies lässt sich noch weiter in einer kompakten mathematischen Formel schreiben als 1 minus T1 geteilt durch T2, das Schlussergebnis dieser Aufgabe. Und was wir jetzt hier als Wirkungsgrad einer Carnot-Maschine erreicht haben, ist genau, was wir aus quasi empirischer Art und Weise nach der Behandlung des Heißluft-Motos in der Vorlesung erreicht hatten. Es sei noch hinzugefügt, dass die Summe der Arbeiten im Zähler hier, in der Formel des Wirkungsgrades, der effektiven verrichteten Arbeit der Carnot-Maschine, das heißt der Fläche eingerahmt beim Kreisprozess im PV-Fasiendiagramm, entspricht. Es war eine schöne Gelegenheit, die berühmte Carnot-Wärmekrachmaschine nach einer wirklich allgemeinen Strategie und einem standardisierten Vorgehen zu behandeln. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen.